Die Tina hat mir dieses Paket hier gerade reingebracht. Yeah, und es ist etwas drin, das gibt's noch gar nicht. Das erscheint erst zu Halloween 2020. Es ist unser Blutwegelbuch. Ich schwöre bei Gott, wir haben 10 Jahre, ohne Scheiß, 10 Jahre haben wir daran gearbeitet. Das Vorwort habe ich schon vor 10 Jahren geschrieben. Ich hab's natürlich jetzt umgeschrieben. Und es ist ein prachtvolles Buch mit Lesebändchen. Ihr könnt also immer markieren, welche Seite. Ihr habt natürlich rot, wie ein Blutwegel. Und mit 80 Millionen Farbtafeln. Guckt euch das mal an. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Der Verlag, da gibt's auch Schwarz-Weiß-Bilder. Es gibt auch farbige Bilder. Es wird relativ blutig zwischendurch. Das ganze Buch ist der totale Knaller. Also, freut euch drauf. Ihr könnt's schon vorbestellen, aber ihr könnt's noch nicht kaufen. Halloween 2020, nach 10 Jahren das sensationelle, hartgebundene Blutwegelbuch mit Mini-Blutwegel. Tschöö.